hallo youtube herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute noch ein weiterer mail day ich habe post bekommen von jemandem von ebay ich habe eine schöne karte und zwar ist es eine ayu dosomno rated rookie yellow diese sind exklusiv in hoops boxen ich habe noch ein paar base karten wie es aussieht oder silver prism wie ist das denn verpackt hier für die chicago bulls natürlich ayu dosomno second team rookie gewesen hier ist die karte die ist auch gut zentriert lässt sich optimal graden hierfür die chicago bulls ayu dosomno man weiß nicht was aus ihm wird wird er ein guter guard oder nicht ich finde die karte schön ich lasse sie aber nicht graden so einen hohen wert hat sie doch nicht und für die zugabe danke ich dir auch hier haben wir einmal ein thomas saturansky silver prism paul george in der prison base carl anthony towns für die timber bulls und cody seller für die charlotte hornets ja das war der kleine mail day mein zweiter heute ich muss schon sagen ayu dosomno rated rookie yellow ist schon nicht schlecht gerade noch in dem vorigen mail day hatte ich ja eine scope prism kai laurie naja ich bin damit raus sage danke reingehauen bis zum nächsten mal bitte weiterhin kommentieren und abonnieren peace